hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von der wunderbaren und wir sind jetzt hier bei nummero 4 vom tutorial tragende wende da schauen wir uns natürlich an die es weiter geht bei taten sparten für die drei wände ich erklärte unterwegs in der arten verwenden ein wände gibt es betonwände ok ist so helle In Builder Simulator, we have a leveling system that allows you to build houses faster the more you build them. Try it out by placing the first holoblock. Use the trowel to lay the mortar on the holoblock. Great! Now place the holoblock on it! I never thought someone would level up from the first holoblock! Now you've unlocked double holoblock placement! Give it a try! Yeah, I'm getting up. Let's do this. Let's see, what happens now! Amazing! It reminds me of the Egyptian building I have my data! Let's put up the scaffolding! The scaffolding will be very helpful when working at heights! Select a scaffolding from the tool wheel! Located by clicking the right mouse button or left trigger! And not only that! You can also move it very quickly! With the scroll wheel! Good work! You can climb the ladder by clicking on it! I'll tell you a secret about layer 12! The 12th layer is the lintel layer! Never heard of it? Its task is to transfer the weight from the opening to the adjacent walls! Above every doors and windows you need to place one! Buy one lintel from the shop! Right! It's time to place it in the hologram! Fabulous! Part of the walls is to set the ceiling when you reach the right height! The ceiling holograms will automatically appear when you fill in the blocks on the last layer! And this is the moment when you have to place the ceiling blocks! Buy 20 ceiling blocks from the shop! Ich hab doch... Ich hab doch die... Reiche diese da... 20 auf ich 100 fertig... So... Its got the ceiling blocks on most levels... Enough dead jokes! Put the ceiling blocks in the hologram! Ich bin grad bisschen verpackt, ich komm nicht mehr weiter... Ach nee. Ich komme nicht so weit, wie ich will. So, jetzt bin ich ja nicht drauf gepackt. Bin eh noch dreißer. Außergewöhnlich. Also da sowas. Boah. Wenn das nur so mach. Bitter. Ich hab die 3 und meine Bennett. Yeah. Ja geil. Bisschen krummisch aber. Oh. Komm zurück. Bist du mehr erfahren? Den Einfußmund verschillt. Heute werden sie lernen. Wenn man Tür und Fenster einfügt. Ich dachte man mutiert sie aber ja. Das will ich gut. Und einfach folgen sie mir. Ja. Ja. Ich weiß. Unser Spiel ist da nicht anders. Da gehen wir noch ein letztes. So hast du gestürzt sein. Du musst das nicht tun. Aber du musst wissen. Das sind aus dem wir. Türen und Fenster einsetzen können. Beginnen wir mit den Türen. Auf einer Außentür. Die können dann daher. Also wir gehen hier Fenster Türen. Ich kaufe hier eine Außentür. Dann gehe ich hier Nummer 1. So. 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 Gute Arbeit. So. Jetzt muss er. Ich kann wieder mit dem Ankel riechen. So. So. Dann unten. So. So. Now you know how to insert a door. going to open and close them by clicking on them. So. 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 noch auf das h ăn. wir reden später darüber okay verrückt kommen wir nun zu den fenstern das war dann vom fenster einmal das und einmal geht es damit ja füge ein fenster hinzu der quatsch mit soviel der schraub sie festmachen ein bisschen komisch finde ich so auf ihn so gut wenn wir gerne in die kommentare schon ob das so realistisch ist hier festgeschraubt werden nun an und diesen bereich auch machen benötigte ja wasser an und was passt so gemacht es ist alles zu tun und fenster den kranten schätzt wieder nach hause aussehen wie tut ein haus wir uns bei nächsten lektion dann blieben auch sicher da geht es zur nächsten mein freund servus erwähnt es sind mein hobby meint nicht bei nachbarn werden auch gerne den bohrer schön schön frage sie klaus jetzt werden alles drüber erzählen meine güte ja gehen wir in den trainingsraum juhu weiter geht's los 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 mit voller energie können wir da zu rennen und räumen von 8g daher die bestmännische scheuereigenschaft haben jo fangen wir mit den kipps pardon wenden an ok natürlich musst du sie zuerst auf dem plan markieren aber für diesen zweck ist alles wenn wir selbst haben wir sie bereits festgelegt ja gern geschehen jo um eine wand zu bauen will ich so boden decken und wandprofile im shop geben wir den shop sagen trennwende viele 100 großartig siehnen holt so aha heißt bitte auch mal auswählen kann ich doch noch alle festschrauben kann ich nicht einfach verlegen dann festschrauben so dann da und da noch da gibt's kartonschrauben ich verstehe koffer 1 und da gibt's unplan ok dann gehen wir wieder in den shop eine 100 gut gemacht muss ich dir erst festschrauben so dann da unten noch und du da hier und hier noch ach jetzt kann ich dann noch was kaufen und zwar steinwolle ausgezeichnet wenn wir diese aus und hier eine und dann will ich wieder die aus festschrauben festschrauben so ok nicht verstanden so doch eine zweite art von trennwand betont ein band da ist jetzt kommt es dann was mir da ist ganz anders das müssen wir eine dem kurs legen kaufel 20 isolation nennen aber dann gut wenn wir eine isolation nennt dass sie sie auf dem boden ja so da gute arbeit es noch was antragen ausmacht mörtel ausfüllen schubkarre nicht ja ist nicht ein sturz über die tür ja und ein nur zu einem betonblöcke und ein sturz und und wenn man sie dann nachher brauchen werden so das heißt ich gehe jetzt hier mal mit mörtel hier entlang gehe dann hier auf nummer 5 danke ich will mein mörtel entlang dann gehe ich wieder auf nummer 5 und platziere die da wieder es geht jetzt immer so weiter so dann schlangen sich ja wie ja ja da ist ja auch nichts so dann machen wir es hier von da oben und es geht bei weiter 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 spaß 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 pur halmherzinfarkt so das heißt mörtel so das heißt mörtel und jetzt muss ich hier oben jetzt muss ich hier oben na macht der draußen kann zerstören ich habe meine ganze wut vom geben raus lassen so 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 sein also gerne aber leichter lassen glocke aktivieren bleibt gesund aber zum wunderschönen tag noch und dann sage ich